Liebe Brüder und Schwestern, ja, auch an uns vergeht dieser Ruf. Auch für uns erklingt die Stimme des Rufers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. So ruft Johannes der Täufer auch uns heute zu, hier und jetzt. Bereitet dem Herrn den Weg. Ja, bereiten wir dem Herrn den Weg, der kommt. Ja, wir sollen seine Ankunft erwarten, wir sollen bereit sein für sein Kommen. Und wir erwarten ja im Advent eine doppelte Ankunft. Einerseits erwarten wir die Geburt Christi. Erwarten wir diese Geburt des Kindes von Bethlehem. Dieses Kind im Stall in der Krippe. Jesus, den Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist, der sich für uns klein macht, arm, hilfsbedürftig. Aber wir erwarten den Herrn auch in Herrlichkeit, wie wir heute in der zweiten Lesung gehört haben. Den Herrn, der sich offenbart, der mit Macht kommt, als der König der ewigen Herrlichkeit, als der Richter, der Retter der Welt, als das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, ja, die Vollendung der Schöpfung, der Erlösung der Geschichte. Ja, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Sind wir bereit für sein Kommen? Ja, füllen wir die Täler auf, die Täler, die manchmal in unserem Inneren sind, in unserem Herzen, in unserer Seele. Ja, manchmal gleicht unsere Seele einer Wüste, einem Tal, einer Tiefe, die dunkel ist, die uns daran hindert, zu Gott zu kommen, ja, die Gott daran hindert, zu uns zu kommen, zu uns zu sprechen. Ja, füllen wir alle dunklen Tiefen der Sünde auf, gehen wir wieder zur Beichte, empfangen wir das Bussakrament, die Täler der Ich-Sucht, die tiefen Schluchten der Begierden, der Habsucht, des Geizes, des Neides. Ja, füllen wir das auf, öffnen wir uns der Gnade Gottes, öffnen wir unser Herz dem Licht. Jesus ist das Licht, das leuchtet, das alle Dunkelheit hinwegnimmt, das Licht, das jeden Menschen erleuchten möchte, das die Sünde überwindet, die Sünde in uns, das alles Böse besiegt, von dem auch wir belastet geprägt sind, obwohl wir ja das Gute wollen. Ja, wir wollen ja oft das Gute, aber uns geht es ja oft so, wie der Apostel Paulus sagt, das Wollen ist in mir vorhanden, aber ich vermag es nicht zu verwirklichen. Und er sagte, ich unglücklicher Mensch, ja, wir wollen das Gute, aber oft haben wir nicht die Kraft dazu, weil wir von unserer Sündhaftigkeit geprägt sind, von der Erbschuld. Aber der Herr, er kommt uns zu Hilfe mit seiner rettenden Macht. Er möchte auch für uns guter Hirte sein, möchte uns führen und leiten, hingeleiten zu den Quellen des Heils, des Lebens. Er schenkt uns Heilung und Heil in seinen Wunden. Er schenkt uns die Kraft des Heiligen Geistes, dieses lebendige Wasser, das unsere Seele erfüllen möchte, die Wüste wieder zum Blühen bringt. Ja, der Geist Gottes, er schenkt uns diese Kraft, dass wir unsere verkehrten Neigungen, unsere Schwächen besiegen, unsere Sünden, unsere Sündhaftigkeit immer mehr überwinden können, dass wir fähig werden, Menschen der Liebe zu sein, weil der Geist Gottes ganz Liebe ist. Ja, weil Gott die Liebe ist. Johannes, der Evangelist, sagt, wie er immer wieder betont, nur Gott kann uns diese Kraft der Liebe schenken, die alles überwindet, die stärker ist als alles Böse in uns und um uns, als all unsere Schwächen, als unser Egoismus, als die Begierden und Süchte, die uns manchmal gefangen nehmen möchten. Ja, tragen wir die Berge ab, die Berge, die manchmal sich auftürmern, die Berge der Habsucht, des Götzendienstes, ja, der falschen Götter, die uns in die Irre führen. Geben wir Gott den ersten Platz in unserem Leben, vertrauen wir seiner liebenden Vorsehung. Der Herr möchte uns befreien von allen Götzen, von allen falschen Lehren, die uns manchmal blenden und uns die Wirklichkeit nicht wirklich klar erkennen lassen, unsere eigene Situation, die Situation der Welt und was wirklich bleibenden Wert hat. Oft laufen wir nichtigen Dingen nach, oft erkennen wir nicht den Wert, diese Gaben, diese Reichtümer, die Gott uns gibt. Ja, die liebende Beziehung zueinander macht uns reich, erfüllt uns mit wahrer Freude. Die Dinge dieser Welt können uns nicht wirklich glücklich machen, sie können nicht wirklich unsere Seele sättigen. Wir brauchen Gott, wir brauchen die Gemeinschaft mit ihm. Unsere Seele hungert und dürstet nach Gott, nach dieser Quelle des Lebens. Er ist das wahre Brot, die wahre Speise. Ja, Jesus kommt zu uns, auch jetzt im Geheimnis der heiligen Eucharistie, um uns neu zu stärken auf unserem Lebensweg, damit wir uns in rechter Weise vorbereiten können auf sein Kommen. Damit wir bereit sind, ihm entgegenzugehen. Ja, dieses Geburtsfest des Erlösers zu feiern, er bereit zu sein, ihm zu begegnen, wenn die letzte Stunde unseres irdischen Lebens naht, wenn wir vor Gott stehen. Ja, er macht uns reich, er schenkt uns Zuversicht, wenn wir seiner Gnade, seinem rettenden Erbarmen vertrauen, denn er ist unser guter Hirte. Er ist, wie sein Name schon sagt, Retter, Heil und Erlöser. Jesus, der Sohn Gottes und Sohn der Jungfrau Maria. Amen.